Läuft die Zahl? Gut. Ich fülle mir jetzt mal die Teile hier. Eine Brille. Noch eine Brille. Die Sachen sind ja auch ganz dünn versteckt in den Typen. Gut. Noch eine Schippe. Und wieder so ein Halsbandgestell. Glitzersand. Wie niedlich. Kannst du mich sehen? Jetzt? Siehst du mich? Hm. Ja. 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 Und das hier. Ja. 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 Da müssen nichts mehr drin sein. Jetzt tu mal den schönen Glitzer Sand wieder rein. Nee, das kriege ich sowieso nicht. Ist ja nicht schlimm, wenn der Rest jetzt wegkommt. Kannst mich sehen, ne? Kannst alles sehen? Was? Mhm. Wieder buddeln. Wäre ja klar, dass man wieder buddeln muss, ne? Ich seh grad nur was, wenn ich was buddelte. Das darf nicht wegfliegen. Warte. Du buddeln, ich wüsste es so machen. Ich nehme das jetzt auseinander. Und ... ... ... ... ... ... Hier habe ich noch eine Dose. ... ... Zack. Ja, liebe Freunde, diese Reise habe ich nur zwei Tiere drin. Kleine und ein großes. Spardose. ... ... ... ... Es kann jetzt wieder so eine Weile dauern, weil... Da habe ich jetzt keine Ahnung, mit wem was jetzt gehört. Ich weiß nur, das sind jetzt meine Tiere. Mal gucken, welche Tiere ich jetzt habe. Das ist das Meerschweinchen. Fancy habe ich. Müsste es, glaube ich, sein. Oder ich weiß es nicht mehr. Ne, ja, das ist das. Wenn ich so sehr gucke. Ja, das ist das Berschweinchen. Fancy. Und diesen Hasen mit dem pinken Haaren ist auch Fancy Edition. Das sind meine Tiere. Das große Haup-Hop ist auch Fancy. Das ist jetzt die Beschreibung dafür. Hier. So. Schluss machen wir mit dem Video. So, weil... das sind jetzt meine Sachen. Fluss dazu. Und die Kugel. Und die Kugel. Ich wünsche euch alle einen schönen Nachmittag. Anziehen werde ich jetzt gleich die Puppen anziehen. Und ja. Bis dann, Freunde. Ich bin der Übergang hin. Even das fünf. Wir haben die Kugel. Wir haben die Kugel. Wir haben die Kugel. Vielen Dank.